Ja, dann fahr ich eben mal los. Das ist die Frage, ob ich was zu essen. Boah, ich muss was trinken. Ja. Das Problem ist, auf dem Server, es gibt, ähm, Server, da hast du einen Liftstrip, ähm, also einen Hubschrauber Liftstrip. Was ist das? Das heißt, du kannst dann über, über den, über ein Fahrzeugfahrt, über eine Autofahrt und kannst das an den Hubschrauber hängen. Ach so. Ja, nice. Ja, hab ich auch schon, ne? Das ist ja mal richtig geil. Ne, ein Logistisch auch sehr geiles Teil, ne? Ja klar, wenn du allein unterwegs bist, ist das echt das Optimale. Ja, ne. Nimmst du einfach ein paar mal mit dem Flugzeug mit. Und auch hier Re-Fuel-Sachen, also quasi, dass du nur einen Tank ranfahren brauchst, und das, äh, da kannst du ja auswählen, den mit dem Squall-Mitriere, dann macht man so Re-Fuel, dann tankt das Ding, ab und der Hurricane. Ja, das ist echt geil, weil das ist jetzt hier ein bisschen nervig, dass du halt immer mit dem Kanistern rumlaufen musst. Ne, 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 da gibt's noch andere Sachen, die, äh, die noch geeilt wurden. Also Amortrack und so, Repair-Truck haben wir schon alles. Also Fuel-Truck haben wir auch schon, ne? Ja, geil. Ja, geil. Ja, gut. Aber ich muss ein Benzin-Könister mitnehmen, wir sind ja schon wieder fast leer, der Jeep. Ja, irgendwie hat das schon dann doch scheiße geboten oder jetzt hier. Was ist denn passiert? Kann auch noch, kann ich nicht sagen. Er hat irgendwie gegen den Baum gefahren mit der Luft gefahren. Ja, he, 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 das ist halt. Ach so, ich hab dich übrigens erschossen, ne, hab ich in dem Video gesehen. Du hast mich erschossen? Ja, ich hab dich einmal erschossen. Das hab ich selber gar nicht mitbekommen. Ich hab kurz gezweifelt, so war ich das, war ich das nicht, aber ich war's. Ja, richtig mies. Ah, ich weiß wo das war, ich weiß wo das war. Bei den Zelten. Ja, 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 ja. Vor allen Dingen, weißt du, ich hab, ich merke in dem Video richtig, wie ich so durch die Gegend gucke und so wie von wegen, war ich das jetzt, war ich das nicht? Weil du warst einfach mitten zwischen den ganzen Zombies und ich hab dir, glaub ich, einfach voll den Headshot verpasst. Und, äh, ja. Und dann hab ich, oh, was war das? Und ich, ja, nichts gesagt. Da wo Sascha vorher gestorben ist, ne? Was denn? Da wo Sascha vorher gestorben ist. Ja, ganz genau. Richtig scheiße. Ich hab das erst in dem Video wieder gesehen. Da dachte ich so, wow, fuck, wenn er das sieht. Ja, ich hab vorhin auch von so einem Eierkopf weggeschossen, also. Ja? Ja, ja. Na ja, ich hab mir noch mal so ein Zeichen der Hand weggebracht und jetzt, also. Ah, scheiße. Ja, war halt mies, weil ich war eigentlich im Nachhinein davon überzeugt, dass ich's nicht war. Und der letzte Video, das Video hat das bewiesen, dass ich's doch war. Ja, ja, immer diese Mörder, ey. Ja, vor allen Dingen, war ganz kurz auch dein Name zu sehen unter dem meinem Zielwellenrohr, weißt du? Und ich hab einfach nicht drauf geachtet und einfach geschossen. Richtig scheiße. Was wollte ich denn jetzt machen? Benzinkanister. Ist ja keiner drin. Ne. Naja. Vielleicht im Hubschrauber. Naja. Vielleicht im Hubschrauber. Ja. Ja. Schnell alt, ne? Schnell alt, ne? Ja. 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 So. Dann werde ich mal da hinfahren. Ja, ja. Hat man normalerweise nicht eine Entfernungsmessung wenn man sich... Äh. Da hinten ist der Punkt. Ja, das ist ja wenn du... Es gibt meine Schrauber da hinweg nicht, aber da musst du ja auch irgendwas mit dem Mordstation holen. Die kann das Grund da. Meistens. Ja. Ja. So, jetzt anderthalb Kilometer fahren. Spielt ihr eigentlich nur auf dem Server hier oder auf anderen Servern? Nö, also wir spielen auf dem. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem, weil es ist halt... Es ist kein No-PKP-Server und die Eierkippe umgesterst einspulen. Auch für das letzte Phase ist das ganz gute Mal, weil es abends dauert. Ja. Na ja. So alleine ist ja, na ja, es geht. Boah, ich guck jetzt einfach mal nur, ob ich ein Fahrzeug kriege. Ja. Wär schon geil, nochmal so einen Little Bird oder so, oder den russischen, äh, hier den amerikanischen, den wir hatten vorher. Ja, wir haben früher den amerikanischen auch gefunden, aber der war voll kaputt, ja. Und den haben wir dann stehen lassen, weil Teile zu finden ist mittlerweile echt schwer geworden. Ja. Früher bin ich einmal durch, ähm, durch Tschernobyl gerascht und er hatte volles Gear und die Haut zu reparieren oder so, das war echt einfach, weil es gab echt unendlich viele Items und so, also Zeug. Nein. Nein, jetzt gar nicht mehr. Ja, jetzt fähre ich jetzt eigentlich alles. Ich habe nur einmal Stahl gefunden und einmal eine Windhutscheibe, das war's. Ja, na, na, na. So, da hinten sehe ich schon die Lagerhallen, glaube ich, schon mal cool. Oh, das war ein Sprung. Und mein Video ist fertig. Oh, hast du jetzt 9 hochgeladen oder was? Äh, ne, den Movie Maker, das 21. gerade bearbeitet. Oh mein Gott, er ist ja echt noch Tage, Tage und Wochen. Ja. Ja, geht so. So viel ist es jetzt auch nicht. Also, ich habe jetzt gestern 9 hochgeladen, beziehungsweise 7. Dann müsste ich ja bald mit allem fertig sein. Ja. Ja. Ja, scheiße, hier steht nichts. Ich glaube, ich fliege gleich einfach mit dem Heli durch die Gegend und gucke, ob ich irgendwo eine versteckte Base finde. Mach da, das würde ich aufpassen. Du musst nur aufpassen, dass ich in irgendeine Gegend fliege. Aber zuerst tanke ich immer kurz auf. Oh, meine Maus ist leer. So, der Dennis, der Wichser, hat jetzt eine Woche frei und er meinte, er wird jetzt die Woche durchgehend hier auf dem Server spielen. Okay. Ah, immer diese scheiß Tankerei. Was halte ich eigentlich dieses Safe? Also, wenn ich an einem Fahrzeug da stehe und da steht safe. Das brauchte ich mal früher mal, aber jetzt nicht mehr. Wofür ist denn das? Ach, da kannst du ja irgendwie dann Fahrzeuge irgendwie safen vom Server Restart und so. Achso, ja, okay. Da kannst du ja safen, aber morgen jetzt mittlerweile oben liegen, ne? Alles klar. Hier sind gar keine Zombies. Das ist echt lustig. Was war EVE Online nochmal mit den Raumschiffen, ne? Ja, Science Fiction Zero. Das wollte ich mir eigentlich auch holen, aber ich hab nie die Zeit gefunden. Ja, du brauchst viel Geduld dafür, das Spiel. Ist halt noch nicht so viel Geduld. Ja, das kennst du Reunion? Genau. Das ist im Endeffekt genau das gleiche, bloß halt nicht im Online-Modus, sondern im Singleplayer. Du hast halt tausende Galaxien, kannst an einem Raumschiff rumfliegen und an Stationen andocken und Handel treiben und andere Raumschiffe überfallen und so'n Scheiß. Wie X3 und sowas, ne? Ja, genau. Und das hab ich halt ewig lang gespielt und hab auch bestimmt erstmal zwei Monate gebraucht, bis ich meine erste Raumschiffung gebaut habe und hab dann endlos lang weitergezockt. Aber das ist halt, kannst du mit Online-Spielen ja nicht vergleichen, das war halt irgendwann mega langweilig, weil alleine... Ja, weil überall alles hat das, ne? Ja. Das war wie X2 oder so. Das war mir jetzt so doof, da hab ich einfach ein Zeltgeld runtergeladen, irgendwie maximal Geld oder so. Und dann hab ich einfach alles gekauft, ne? Ja, super. Und dann hatte ich so'n Konvoi von 30 Schiffen, alle hinten nachher. Ja, ich hatte einfach... Ich hatte nie viel Geld, weil ich das immer investiert habe. Und du konntest halt in X3 die Schiffe mit künstlicher Intelligenz ausstatten oder halt mit Piloten, die dann für dich fliegen, quasi wie Taxifahrer. Und dann hatte ich einfach ne Flotte... Oh, das ist ein Sound scheiße. Ne Flotte von... Ja bestimmt 20 oder 30 von diesen XXL Frachtern. Also die größten, die es da gab. Delfin Frachter oder so hießen die. Ja, okay. Und äh... Boah, ich hab'n Reibach gemacht nach ner Zeit, ne? Aber ich hab's immer sofort wieder ausgegeben für Schneurestationen und alles mögliche. Und das war das geile an dem Spiel, du. Ich wollte immer durch meinen perfektionistischen Drang ausleben und alles so gut wie möglich und so schnell wie möglich auf- und abrüsten und boah. Da war ich echt unnormalsüchtig. Das war ja so, dass hier am Ochtank keiner ist in der Corpo. Ich bin mit keinem Weining-Boost. Ah! Ne, ich muss hier ein bisschen was muckeln, ne? Ich hab vor schon angefangen, ja? Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen Minze reinschleppen, damit ich da was ausländen kann drauf. Schnee verdienen kann, so. Und dann, wenn ich da was ausländen kann, dann kann ich das auch ausländen. Wer sind denn die beiden im normalen Channel hier vorm Team? Das ist ja hier von meiner WoW-Gilde, der Server, der TS-Server. Achso, okay. Und die beiden sind WoW-Spieler. Alles klar. Die Kati und Sascha da oben. WoW-Zocker. Ja, ich hab nie WoW gezockt. Ich hab eigentlich nicht... Ich hab viel gezockt, aber mittlerweile ist es nur noch nervig. Ja, also ich hab... Das einzige, was ich wirklich exzessiv gezockt hab, war Battlefield 3. Okay. Aber ansonsten... Eigentlich gar nichts. Ich hab noch nicht mal Counter-Strike gespielt. Ich bin eher so ein Online-Spieler. Also ja, nie online. Ihr hattet schon vor zwei oder drei Wochen meine größten Schlotten. Mit... Meiner Seite waren über 800 Leute. Ja, krass. Ja, und... Na gut. Meine größten Schlotten. Also ich hab... Ja... Eigentlich... Noch nie irgendwas online gespielt. Okay. Na... Wieso? Die ist doch online. Wie der... Minecraft. Ach so, ja. Aber da... Zock ich eigentlich nur mit meinem Bruder zusammen. Also jetzt auch nicht wirklich auf Servern. Also... Also auch nur über... Über... Lahn oder was? Ne, ne. Schon auf meinem eigenen Server. Ach so. Über Internet. Also da kann... Könnte auch theoretisch jeder joinen da will. Aber... Äh... Was denn? Ich hab's hier. Aber ich hab's nur... Also ich hab's nicht gekauft. Oder nur so eine Dummy-Account. Keine Ahnung. Weil... Welches? Minecraft? Ja, ja. Na krass. Ich weiß, da könnte man so Blätter kaputt schlagen. Und sich da irgendwie so Häuschen bauen. Und... Ja, du musst ja mal... Du musst mal auf meinem Channel die Sachen angucken, wie ich gebaut habe. Das ist... Das geht gar nicht in die Richtung. Also ich... Baue halt so Computersachen. Ähm... Du kannst ja Schaltungen bauen mit... Mit so einem... Pulver, was Strom leitet. Und... Ja... Ist eigentlich ziemlich cool. Macht auf jeden Fall Bock. So, jetzt darf ich nicht ins Meer fahren. Das wär schlecht. Ja, für mich ist das wirklich gar nichts. Ja, ist halt... Ich steh voll auf so technische Sachen. Deswegen... Ja, ja. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Ist ja... Ist ja... Ist ja drüben. Also... Ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. So, dann wollen wir mal... Wir werden Hubschrauber steigen. Und beten, dass ich keinen Unfall baue. Ja... Du sagst neun, ja. Das ist gut. Hahaha... Ich hoffe das ist ja... Ja... Ne, passt schon. Ich werd schon erstmal kurz nen Startversuch machen. Du bist ja schon geflogen, ne? Du bist ja schon geflogen, ne? Ja, ja. Ich bin auch vorher... Ich hab, wie gesagt, ewig viel Zeit im... AX2 Editor verbracht. Hm... Und deswegen... Äh... Dürfe das eigentlich kein Problem sein. Ich bin ja eben auch nochmal geflogen. Und da ich jetzt meinen Joystick komplett belegt habe, ist das eigentlich kein Problem. Okay, okay. Ne, ne, ne. Oh, ist er leer? Ne. Ah, okay. Ähm... Ja, ich hatte halt letztens die Tastaturbelegung noch nicht richtig. Und dann bin ich immer... Ja, da hab ich immer Schiss, dass ich die falschen Tasten drücke. Ich weiß nicht, wie Sven entstellt. Ne, ne. Geht nicht mehr. Ah, krass. Ich muss meine Tastaturbelegung hier nochmal anders machen, weil das eigentlich... Scheiße, ich dachte, die Tastaturbelegung wäre für... Äh... Arma 2 und für Daisy gleich. Aber ist es anscheinend nicht. B2 ist runter. BASD ist klar. Und, äh... Ist wieder runter. Und C und X ist D links. Ja, genau. Aber ich musste ja auf meinen Joystick legen, die Tasten. Ach so, okay. Also, Left Panel. Jetzt muss ich wieder... Links. Okay. Right Panel. Okay. Das stimmt alles. Also... Power nach vorne. Okay. Power nach hinten. Okay. 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 Und was hatte ich... Auto... Wie heißt hier der Scheiß? Auto Hoover an. Ja, genau. Auto Hoover. Auf den Knopf. Und Auto Hoover aus. Auf den Knopf. Ja, ich komm... Also ich liebe meinen Joystick, ne. Also Hubschrauber fliegen macht mit einem Joystick so fun, wenn du alle Knöpfe richtig eingestellt hast. Dann ist das echt geil. Dann brauchst du auch die Tastatur nicht mehr zu benutzen. Das heißt, du hast die Hände nur noch am Joystick und kannst eigentlich gar nicht mehr irgendwo gegenfliegen, wenn du alles richtig eingestellt hast. Ja, gut. Ich schlick nur mit dem... mit der ASD und irgendeiner Natur. Also ich kann so nicht einmal... Filtern nicht anders. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Natürlich ist jetzt ein bisschen scheiße, dass ich nur einen Hubschrauber zum Testen habe, aber... wird schon... wird schon schief gehen. Ja, perfekt. Der geht schon mal an. So... Wollen wir noch mal sehen, was Papa so kann. Das ist ein bisschen schwierig. Also in der Windischung steckt. Sie müssen die Hubschrauber nicht aufpassen. Ich kann nur noch einmal schauen. Wenn wir mir noch schauen. Also wir können uns immer noch. Ich bin ganz froh. Das ist mir. Ich bin ganz froh. Ich bin ganz froh. Ernein. Ich bin ganz froh. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht doch gut aus hier Ja wunderbar Jetzt muss ich mal kurz den Vape feinsetzen, weil ich gerade völlig in die falsche Richtung geflogen bin Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh WTF Was ist das? 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 Ah ja, der schreit ja schon wieder Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay Auto rüber auf Okay Ah, freut mich hier noch Ah, der ist an! Ah, hier kommt kein Symbol Ah, es funktioniert doch Also wenn ich jetzt aufsteige Genau, bin ich im Auto rüber Oder auch nicht Oder auch nicht Ich glaube das ist der Auto rüber Ja, passt Ja, passt Ach, dein Auto rüber auf Ich glaube das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020